Musik Der Energiefachtag Sonnenkraft im Reinhard-Iberhard-Museum in Villach macht bewusst, dass Wärme und Strom aus der Kraft der Sonne kostenfrei, nachhaltig und 100%ig sauber ist. Ich veranstalte ja diese Fachtage vor allem, um das Thema wieder präsent zu machen, um auf das Thema wieder aufmerksam zu machen, einerseits und andererseits, um auch die verschiedenen Fachexperten zusammenzubringen und zu vernetzen. Und ich sehe gerade jetzt eine ganz, ganz große Chance für Kärnten. Experten aus Politik und Wirtschaft informieren, wie energieautarke Lösungen in den eigenen vier Wänden genutzt werden können. Die Frage lautet, Kärnten will energieautark werden, kann das auch ein Einfamilienhaus, kann das eine einzelne Familie machen? Und die Antwort ist vorweggenommen ein klares Ja. All die Dinge, die die Kunden schon informiert sind, müssen verarbeitet werden. Wir müssen sie fachgerecht einbauen, wir müssen sie garantieren dafür, dass das Ganze läuft und letzten Endes müssen wir noch auch eine Wartung machen. Das ist eine interaktive Sonnenur-Skulptur und die hat den didaktischen Effekt, dass man auch nach einiger Zeit, wenn man sie richtig eingestellt wird, sieht, dass man sie nachstellen muss und sich überlegt, dass die Sonne inzwischen ja weitergewandert ist. Verköstigt wurden die interessierten Besucher mit Grillspezialitäten vom Solargrill, selbstverständlich rein mit Sonnenkraft betrieben. Wohntet man in Grün bei einem schönen Wetter, also machen wir das gleich mit dazu. Die Sonnenstrahlen werden im Mittelspiegel gebündelt und treffend auf die Platten, man erreicht dadurch bis zu über 400 Grad. Unter www.kagis.ktn.gv.at kann jeder Gebäudebesitzer oder auch jede Gemeinde das Potenzial abrufen, das an den Hausdächern besteht und hier kann man ganz schnell, unverbindlich und kostenlos in Erfahrung bringen, ob es Sinn macht, in eine Solaranlage oder Photovoltaikanlage zu investieren. Von energiesparenden Installateur-Tipps bis hin zur außergewöhnlichen Sonnenuhrkonstruktion bot der Fachtag einen interessanten, sonnengefluteten Nachmittag.